Wenn du kein Rheinöl hast, hast du halt kein Rheinöl. Frau Dr. Dosenbier, Sie haben als erste wissenschaftlich bewiesen, dass die Rheinölmischung die beste ätherische Ölmischung der Welt ist. Ja, Tom, das stimmt. Aber zunächst möchte ich meinem Sponsor Orwax danken. Und natürlich Dr. Gufibalu, der die Analyse durchgeführt hat. Wie muss ich mir das vorstellen? Sie vergleichen die Öle in einer chemischen Analyse? Nein, nicht ganz. Herr Dr. Gufibalu hat die absolute Nase. Es zieht bei ihm sofort voll da oben rein und lockert die Blase, wenn das Öl nicht von höchster Qualität ist. Hier sehen wir ihn bei der Arbeit. Zunächst werden beide Proben analysiert. Dann erfolgt die Auswertung und schlussendlich wird die schlechtere Mischung markiert. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit. Lassen Sie uns vorm Verdrücken kurz drücken. Orwax Rheinöl Lassen Sie uns vorm Verdrücken kurz drücken. Dann erfolgt die Version der Mischung. Zunächst werden die Version der Mischung auf die Mischung machen. Vielen Dank.